Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video und zu einer kleinen Einladung. Und zwar habe ich mir überlegt, möchte ich wieder eine neue Challenge mit euch zusammen starten. Und zwar eine 5-Tage-Challenge für mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die startet am 20.04., geht also bis zum 24.04., von Montag bis Freitag und läuft wie immer über meine WhatsApp-Coaching-Impulse. Dazu müsstet ihr euch bitte anmelden, das ist völlig unproblematisch. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und das ist natürlich kostenlos, es ist auch keine große WhatsApp-Gruppe. Ihr bekommt jeder individuell eure Nachrichten und bekommt dann in dieser Challenge-Zeit jeden Tag Nachrichten von mir zum Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein mit Meditationen und Übungen, die ihr dann in Selbstregie zu Hause machen dürft, ob das jetzt am selben Tag ist oder zeitversetzt ist, tut mir leid, aber Lilly ist rollig. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, wenn ihr euer Selbstvertrauen und euer Selbstbewusstsein gerne ein bisschen stärken wollt, wenn ihr Tipps an die Hand haben wollt, wie das Ganze funktionieren kann, wie man das auch sehr gut in seinen Mama-Alltag einbauen kann. Das ist mir ja bei allem, was ich mache, immer sehr wichtig, dass es kurz und knackig ist und dass es so gestaltet ist, dass das jeder in seinen auch stressigen Mama-Alltag einbauen kann. Wenn du also an deinem Selbstvertrauen und an deinem Selbstbewusstsein gerne arbeiten möchtest und da ein bisschen was ausprobieren möchtest, dann melde dich jetzt zu meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen an. Den Link findest du unten in der Infobox. Ich freue mich auf dich und wir starten dann am 20.04. Bis dann!